Guck mal, ah, mein Futterspender ist wieder da. Das ist schön. So, wieder vereint. Ja, komm, Katze, wir gehen. Jawohl, Futterspender. Äh. Warte, Futterspender, ich komme. Klop, 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 klop. Voll geil, ey. Hüpf, hüpf. Äh. Ach so, du musst warten, bis die Katze jetzt aufhört. Ja, aber die Katze kommt hinterher. LOL. Okay. Das könnte zu einem Raum sein, das Fenster da, das, 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 der Spitzburger da erinnert mich im Grunde dran. Hop, da ist er. Habe ich damals null gerallt, glaube ich. Alles machen können wir, dass wir mit der Katze reingehen. Hüpf hearts. Erst ist, ich bah zuitiere hüpf. Am. 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 Da war ne Hand, ne? Was ist ja da? Ich rauf's nicht, ne? Bücher und die Sichel. Ach, ist schon aktiv? Okay. Verstehst du, was du willst? Ich hab keine Ahnung. Ich flieg weiter. Hallo? Es bin's, Katze? Der hat Bäumchen und einen Stab. Ah, jetzt sehe ich's. Irgendwie so ein Spitzding. Lass mich hier kurz auf Stab ändern. Oder so. Okay. Weiter geht's, Katze. Also, Bro, muss weiter. Tschüss. 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 Ah, da hat er Schrift drin. Okay. Jo, Schwester, was geht? Bin hier. Eins, Katze. Hi. Die hat Flügel und so Schlingen, wo haben wir auch immer. Keine Ahnung. Erst will ich den noch aussuchen. Nee. Genau. Ja, das passt schon eher dazu Tada Wir klingeln uns einfach da durch Das passt schon Ich bin's, Katze Hey, da fehlt noch eins Eins, zwei Wo ist Nummer drei, Alter? Hallo, wo ist eins, drei? Was ist Nummer, ah, da ist Nummer drei Hi, Nummer drei Du hast ein Schwert Das andere komische Symbol da Keine Ahnung Nee, mach mal weg Nee, mach mal weg Nee, auch nicht Nee, auch nicht Nee, ah doch, dann ist er ja nicht Genau das Ich will mal, da kannst du noch einen Ausgang finden Äh, war hier irgendwo Hui Ach, da ist es, ja Na, Katze, als Schatten und Äh Äh, wie sagt man? Schatten und Geist Tia Getönt Wie auch immer So, der Raum habe ich nicht gewartet gehabt Ich glaube, danach hat die Demo aufgehört, meine ich Die haben sich auf jeden Fall Stücke rausgenommen Raffinierte Leute Okay Katze kann ja auch nichts machen Können wir noch warten, bis die Verbeide drin sind Hm Für Jahreszeiten Katze? Warte mal, da kann man doch bestimmt irgendwas machen. Geh mal da rein, Katze. Okay. Hier kann er auch rein, okay. Warte mal, was da drüben kommt, was da... ...weil so gestützt wird. Du bist zu klein, du brauchst was zum Draustellen, ne? Aha. Geh mal da rein. Nee, das wird so nix. Du kannst da nix machen. Ich hab da so eine Vermutung. Geh mal da rein. Ja, gut. bsch 6 Kannst du da nicht... Ne, die kann da nicht hochhüpfen, die kann nur runterspringen. Interessant. Äh, joa... Der kommt dann da dran, ne? Katze, komm mal her. Ich glaube, wir brauchen dich da. Ich weiß doch nicht wie und was. Vielleicht stecken wir einfach auf dich drauf, ne? Ich sag's ja nur. Okay, ja, ja, kapiert. Gehen wir kurz weg. Katze, so. Und jetzt? Kannst du auf die Katze draufsteigen, Anna? Kommt da nicht dran. Was ist, wenn wir jetzt zurückgehen in die Jahreszeit dann dann? Explodiert die Katze dann? Aha, Katze versteinert im Augenblick. Okay. Okay, wir pumpen einfach mal. Okay. 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 Wir pumpen einfach mal. Bringt uns wenig, weil da ein Loch ist. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen rumtesten. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Hab's. Versteinert. Ach, wir haben die Katze jetzt in dem Paralleluniversum drückt, Klasse. Oh ff. Auf. Auf. Ich bin so glad I might not want to activate me in. Hmm. Da ist es in der Zeitung so. Das ist einfach eine Weile gießen, könnte es sein. Rumsstoff schon wieder gekriegt, das ist doch ganz nett. Das ist einfach eine Weile gießen. Wir haben eine Minterna drin, ne? Ich glaube, da wäre es diejenige Wärmepumpe. Weil den friert sie ja theoretisch. Ich frage ja nur. Ich habe es jetzt so unterschiedliche Jahreszeile rein. Das heißt, wir gehen nochmal hier kurz raus. Wir gehen zur Katze. Die schicken wir uns dann nochmal raus. Dann schicken wir noch Sommer rein. Wir sind beide in den Frühling reingegangen. Deswegen, wenn wir beide im Frühling drin sind, sind wir auch noch versteinert. Na, you know what I mean? Okay. Na, wir laufen jetzt viel im Kreis. No, no, no. In der Richtung geht es alle. Komme ich nochmal raus? Bin ich tot? Ich soll vielleicht heute auf Frühling umstellen. Wäre intelligent, na. So, du gehst jetzt rein. Stell dich da drauf. Ah, ist zu. Okay. Dann gehe ich da rein. Na, guck mal. Und dann haben wir eigentlich schon mal die eine Hälfte geschafft. Wir müssen eine Rätsel schon mal. Und biet ich ihn raus und findet Blüten. Na? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020